Eva Lechner, was sind die Ziele für ein Sunshine Race in Nolz? Ja, ich hoffe mal ein gutes Rennen zu machen. Es ist jetzt lange her, dass ich teilgenommen habe. Meine Form wird allerdings besser, aber natürlich weiß ich im Moment noch nicht ganz genau, wo ich stehe. Ich hoffe, dass ich das Beste auserholen kann. Toll wäre natürlich ein Podium und ich bereue es dafür, dass es für sie reicht. Und mit Blick auf die ganze Saison, was hast du vorgenommen? Erstens möchte ich wieder meinen Rhythmus finden und die Freude im Rennen fahren. Ich denke, dann werden die Resultate einfach verloren können. Dankeschön!